Hallo liebe Fischer, willkommen bei Schanwachterot. Ich habe hier Karten auf dem Tisch für den Zeitraum Mai 2024 und ich möchte mir gerne mit euch gemeinsam anschauen, was euch in diesem genannten Zeitraum erwarten könnte. Hier links sind Karten für dich lieber Fisch und hier für das Gegenüber. Das Gegenüber kann hier eine einzelne Person darstellen bis hin zu einer Personengruppe. Die Rollen können auch vertauscht sein und bedenkt bitte immer, es ist zumindest bei meinen Videos immer eine allgemeine Legung kann und wird hier leider nicht auf jeden einzelnen passen. Ja, ich ziehe auch immer sehr gerne Orakelkarten. Ja, zwei Stück davon habe ich hier gezogen für dich für den Monat Mai und damit starten wir jetzt. Hier haben wir den Kolibri, sage ich, im Hier und Jetzt. Mitte 32, Quersumme 5. Es ist eine Situation, also der Mai bringt eine Veränderung mit sich und jede Veränderung ist auch ein bisschen schwierig, weil man vielleicht ungeduldig ist, weil man gewisse Faktoren noch nicht übersehen kann, ja, was so als nächstes passiert. Man kann auch nicht alles kalkulieren. Das kann so ein bisschen holprig werden. Aber wichtig ist hier, geh nicht so stark in diese Forcierung. Was soll sein? Was wird passieren? Wird etwas schief gehen? Nein, sei einfach im Hier und Jetzt. Lass es geschehen, damit du auch die Leichtigkeit genießen kannst, ja. Der Kolibri ist ein sehr kleiner, feiner Vogel, sehr, sehr leicht. Und dann haben wir hier den Beobachtungsposten Mitte 49, Quersumme 13. Etwas scheinst du hier zu beobachten. Das muss nicht diese Situation sein. Es kann auch eine weitere Situation sein, die du einfach beobachtest. Beobachte, wie vielleicht auch dein Umfeld auf dich reagiert, auf deine Situation. Irgendetwas fällt dir hier auf. Es geht darum, dass sich hier etwas verändert und du wirst aufgefordert, dir das anzuschauen, das zu beobachten und vielleicht auch erstmal gar nicht einzugreifen, sondern einfach nur zuschauen, zuhören und, ja, das auf sich wirken lassen. Die Legung startet hier mit der Königin der Kelche. Das ist sehr, sehr schön. Ja, auch mit dem Ritter der Münzen. Du bist hier ganz klar in deiner Energie. Also die Fische sind ja die Königinnen, die Könige der Kelche und du bist hier sehr stabil in deiner Energie drin. Du musst dich nicht verstellen. Du musst dich nicht anpassen. Du kannst auch deine fragilen Seiten nach außen zeigen. Es ist alles erwünscht. Es ist alles willkommen. Sei so, wie du bist. Ja, mit dem Ritter der Münzen. Du wartest hier auf etwas. Du hast auf etwas hingearbeitet und möglich. Deswegen der Hinweis hier mit dem Kolibri, dass du ein bisschen in Ungeduld verfällst. Wann kommt das denn nun endlich, ja? Das ist gar nicht erforderlich, weil hier mit den Acht der Stäben, die sind zwar ein bisschen quergekommen, kommt vielleicht verzögert. Ein Okay, ein grünes Licht, eine Entscheidung, eine Nachricht, irgendwas kommt hier rein. Und es geht hier sehr stark um etwas Neues mit dem Pagen der Kelche. Irgendetwas Neues hast du hier, ja, vorbereitet oder es kommt auf dich zu und du bist noch ein bisschen unsicher, weil möglicherweise hast du noch Alternativen dazu. Und ja, du fragst dich, wird das das Richtige sein? Ja, passt das auch zu mir? Ja, ja. Was ist hier auf der anderen Seite los? Ich könnte mir vorstellen, dass das hier einen Menschen aus deinem Umfeld betrifft, wo du aufgefordert bist, hier diesen Beobachtungsposten einzunehmen. Beobachte, was hier bei diesen Menschen diesbezüglich passiert. Weil ich habe hier nämlich bei den Fischen schon länger, seit Monaten immer wieder das Thema, das habe ich auch beim Löwen, dass im Umfeld jemand dabei ist, der nicht so richtig unterstützend mitwirkt. Jemand, der das vielleicht blockiert, der auch Angst vor dieser Veränderung hat. Ich glaube, die Fische sind momentan in einer starken Transformation und das ist halt immer so, wenn man sich verändert, wenn sich die Umstände verändern, dann will das Umfeld das nicht so richtig wahrhaben, ja. Wenn das Kind größer wird, dann will das die Mutter auch nicht wahrhaben, ja. Hier mit sechs der Schwert dann und neun der Münzen umgekehrt. Umgekehrt akzeptiert jemand nicht diese Veränderung, will vielleicht wieder zurückschippern in die Vergangenheit, ja. Möchte eine gewisse Veränderung nicht wahrhaben. Hier geht es auch um das Thema Selbstständigkeit mit neun der Münzen. Hier auch dieser König der Kelche. Kann sein, dass hier jemand an dir festhält, ja. Will dich nicht loslassen. Stellt sich irgendwie unselbstständig an. Wenn du jetzt sagst, ich bin öfters jetzt unterwegs, weil ich habe hier irgendwelche Projekte am Laufen, sagt dieser Mensch, ja, aber wie soll ich abends alleine den Film gucken? Das schaffe ich gar nicht. So, ja. Oder du sagst zu deinem Partner, ja, ich muss jetzt hier länger arbeiten, weil ich habe da neun Posten, da erfordert mehr Verantwortung. Mach du mal die Einkäufe nach der Arbeit. Sagt dein Partner, ja, wie soll ich das schaffen? Du machst das doch immer. Dann musst du mir eine Einkaufsliste schreiben, damit ich mir das alles merken kann, ja. Also irgendwie stellt sich dieser Mensch hier ein bisschen unbeholfen an und hier auch mit dem Gehengten, ja, sagt jemand, ich bin hier handlungsunfähig. Mir sind die Hände gebunden. Warum? Weil dieser Mensch sich gedanklich nicht auf eine Veränderung einlassen kann oder möchte. Und das könnte sich hier so ein bisschen blockieren für die Gesamtsituation auswirken. Ich nehme jetzt ein weiteres Deck und lege eine weitere Reihe. Dann schauen wir mal genauer. Der Turm. Der Ritter der Schwerter. Ach, der Schwerter ist auch so ein bisschen schräg gekommen. Für der Münzen umgekehrt. Der Eremit. Königin der Münzen. Sechs der Stäbe ist so ein bisschen schräg gekommen. Acht der Stäbe. Ja, diese ersten vier Karten. Hier auch hochexplosiv. Der Turm hier mit dem Ritter der Schwerter. Ja, ich habe den Eindruck, du wartest hier sehr, sehr ungeduldig auf etwas. Sehr ungeduldig. Du bist vielleicht auch ein bisschen gereizt, angespannt deswegen. Ja. Hm. Du willst dir unbedingt diesen Turm einstürzen lassen. Ja. Also diese Veränderung, die hier kommt, würde dein Leben groß verändern, weil es würde für dich mehr Freiheit bedeuten, mehr Handlungsspielraum. Ja, deswegen wartest du hier gespannt wie ein Flitzebogen darauf. Auch hier diese Acht der Stäbe und Acht der Schwerter. Du sagst, solange ich hier nicht die Nachricht bekomme, solange ich hier nicht das Okay bekomme, fühle ich mich wie gefangen. Kann ich nicht weiter planen, sehe ich nicht in die Zukunft. Ja. Es nimmt dich hier gedanklich sehr stark in Beschlag. Das ist gar nicht notwendig. Komm hier in die Leichtigkeit, lieber Fisch. Und dann hier mit diesen Pagen der Kelche bietet sich hier das Neue an. Und ja, mit diesen vier der Münzen umgekehrt bist du auf einmal wie in so einer Schockstarre. Ja, jetzt kommt's und soll ich's wirklich machen, soll ich's nicht machen? Also, dann kommt dann plötzlich so die Panik auf. Doch am Alten festzuhalten, habe ich den Eindruck. Möglich auch, dass dich hier, wenn du ein Umfeld hast, was dich diesbezüglich nicht großartig unterstützt, dass dich das so ein bisschen behindert und so ein bisschen straucheln lässt. Ja, der Eremit hier mit diesen sechs Schwertern. Ich habe den Eindruck, jemand sieht hier an dem neuen R die schlechten Seiten. Warnt dich, sag, pass auf, das könnte hier schief laufen. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, hier eine Königin der Münzen unter diesen neun Münzen. Ja, das könnte hier jemand aus deiner Familie sein, dein Partner sein, deine Partnerin, deine Mutter vielleicht auch. Jemand macht sich hier große Sorgen und denkt an die Sicherheit. Ja, und sagt, Fisch, du musst hier an Sicherheiten denken. Denk an morgen. Ja, hier sechs der Stäbe umgekehrt, verdreht meine ich. Ja, so ein bisschen schräg hier mit diesem König der Kelche. Also, jemand könnte hier wirklich aus Liebe heraus, aus Vorsicht heraus, dich hier vielleicht etwas aufhalten. Ja, sagen, du, ich habe doch immer recht gehabt, ich weiß, wie das läuft, pass auf. Und deswegen hier auch der Gehengte. Aber letztendlich wird dieser Mensch hier auch grünes Licht geben. Also grünes Licht sozusagen dann auf allen Seiten. Ja, es geht dann vorwärts, es geht dann wirklich auch transparent vorwärts. Ja, keine Sorge. Gut, wie entwickelt sich nun die Situation hier weiter? Fünf der Stäbe umgekehrt, vier der Schwerter, der Teufel und der Turm umgekehrt. Uh, okay. Drei der Kelche, der Herrscher, König der Kelche, nochmals, die Mondkarte. Jo, wie geht es hier weiter? Ach, so ganz hast du die Situation leider nicht im Griff, ja. Ähm, es ist hier immer noch irgendwas, wo du sagst, das passt hier nicht für mich. Ja, du bist hier in dieser Teufelsenergie, du sagst, ich bin nicht so frei, wie ich sein möchte in dieser Situation. Irgendwas fühlt sich für dich erdrückend an, das merkst du auch daran, selbst wenn du denkst, okay, es ist super positiv, irgendetwas lässt dich nicht zur Ruhe kommen, ja. Da nagt etwas an dir, das hat hier was mit diesen fünf der Stäben zu tun, zu viel Einmischung, Chaos, vielleicht auch Konkurrenz. Irgendwie gibt es hier Konkurrenz in dieser Geschichte und das lässt dir keine Ruhe, ja. Hier, du ziehst dich erstmal zurück, der Turm, der möchte nicht fallen. Hier ist etwas, wo du sagst, das muss erst passieren, bevor es weitergehen kann. Und, ähm, wie gesagt, hier passt etwas nicht für dich. Obwohl es hier vorwärts geht, es gibt hier trotzdem etwas einen Faktor, ähm, wo du sagst, das fehlt mir und bevor ich das nicht habe, kann ich nicht weitergehen, ja. Hat hier was mit diesem Herrscher zu tun? Starke Widderenergie, ähm, auch drei Kälte. Hier gibt es noch eine weitere Person, die hier mitspielt, habe ich den Eindruck. Vielleicht muss sich der Herrscher hier entscheiden und du sagst, entscheide dich. Bevor du dich nicht entschieden hast, mache ich nicht mit, ja. Hier gibt es noch für diesen Herrscher weitere Optionen. Ich weiß ja nicht, worum es hier bei dir geht. Und der Herrscher entscheidet definitiv. Der Herrscher hat das Sagen, ja. Und dieser König der Kelche, ja, was sagt der? Ich habe es dir gesagt. Der König der Kelche sagt, ich habe es dir gesagt. Ich habe dich gewarnt. Tja. Ja, überlege lieber Fisch, ob, ähm, ob du jetzt defensiv in den Rückzug gehen möchtest oder ob du dich dem Ganzen stellen willst, ja. Also, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, wenn man immer wieder ausweicht, kommt das Programm, kommt dieses Paket immer wieder auf einem zu. Egal, ob jetzt mit dem gleichen Thema, das kann auch irgendwie ein Jahr später, fünf Jahre später anders verpackt sein, aber es kommt wieder. Es geht darum, dass wir uns hier stellen müssen, ja. Du hast hier vor irgendwelchen Konflikten hast du hier, ähm, Angst. Ähm, ja, dass sich andere vielleicht anzweifeln, dass du dich gegen Konkurrenz, äh, durchschlagen musst, dass es ein Chaos gibt. äh, dass Leute nicht hinter dir stehen, dass du nicht ernst genommen wirst, ja. So irgendwelche Ängste sind hier dabei. Ja, irgendwas muss hier passieren, der Turm muss fallen. Schauen wir mal. Vielleicht passiert es ja die nächsten Monate. für den Mai wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute, viel Erfolg, viel Liebe, viel Zuversicht, alles Gute, macht's gut. Tschüss. seltsam. da. Äng. Da.